Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Als erstes sehen Sie einen Beitrag vom Laternenumzug zum 3. Oktober. Sonnenfunkte, hab ich ja an der Nürnberg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Musik 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 Liebe Zuschauer, nun sehen Sie eine Übung der Wasserwacht mit Hunden am Plotkensee. Musik 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 Also ich werfe jetzt diesen Dummy in die Richtung des zweiten Stegs und springe dann mit dem Hund gemeinsam ab, zum Dummy hin und wieder zurück bis zum Steg. Nein. Halt sie mal. Und los. Musik 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 Danke. Und dann. Und dann. Danke, da. Auch und hin. Komm. Komm her! Hol und hilf! Komm her! Hol und hilf! Hol und hilf! Los! Schön! So ist fein! Ahnland! Äh... Hol und hilf! Dann kannst du sie ruhig ins Fell nehmen! Halt dich einfach im Fell an ihr fest! Dass die das Körper nicht schaffen! Ja, Wahnsinn! Ahnland! Das ist doch mein Mann! Und der wiegt sie 120 bis 130 Kilo! Das ist die Kleine! Das ist die Kleine! 42 Kilo! Ahnland! Prima! Feines Mädchen! Ahnland! Weiter! Ahnland! Prima! Ahnland! Prima! Ahnland! 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 Sie sind die Hundebesitzerin! Ich bin die Hundebesitzerin! Ahnland! 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 wurden, für die Fischer zu helfen, die Netze rauszuziehen und wir nutzen diesen Trieb einfach aus. Also würde sie auch einen Fremden retten? Ja, der war ihr jetzt völlig fremden. Der Rettungsschirm kannte sie nicht. Das war jetzt, also wir haben das auch schon mit Feuerwehrleuten hier gemacht, die einfach mit uns geübt haben. Die sind dann einfach mit reingegangen und wir haben sie gesagt, haben ihr das gezeigt, das Kommando ist Hohl und Hilf für sie und dann weiß sie, da muss sie hinterher und den rausholen. Das übernimmt sie dann, hat sie dann ganz klar so verinnerlicht, dass sie das dann so macht. Gibt es Hunderassen, die sich besonders eignen für sowas? Ja, besonders Neufundländer zum Beispiel oder Lanzer, das sind die schwarz-weißen. Deswegen, die sind ursprünglich aus einer Hundefamilie, aus einer Hunderasse. Genau weiß man nicht, wie die Neufundländer, die entstanden sind, auch bei den Lanzern weiß man es nicht genau. Die Besonderheit ist bei diesen hier, die haben Schwimmhäute zwischen den Pfoten. Deswegen können die auch so gut schwimmen und deswegen haben die auch so einen eigenen Wasserantrieb, so praktisch gesagt. Und ihr Fell ist besonders, die werden darunter nicht richtig nass. Das ist praktisch wie so ein Biber, so eine Ölhaut haben die darunter. Deswegen ist sie nur oberflächlich nass. Darunter ist sie ganz trocken und warme Temperaturen können die gar nicht. Eiswasser ist, also macht denen überhaupt nichts. Die gehen auch bei Eiskälte ins Wasser, dann landen wir bloß dann nicht mehr. Der nächste Beitrag, liebe Zuschauer, handelt von alten Postkarten aus Gräbesmühlen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.